Geht ja immer nur um Geld. Die ganzen guten Werte wie Freundschaft, Schwarzfahren, das ist ja alles weg. Geht leider immer nur um Geld. Egal ob Verzeitschriftung, TV, Fernsehen, Radio, geht immer nur um Geld. Oder Internet. Kennt ihr Internet? Ja? Schon mal da gewesen? Freunde, Internet, wie erklär ich das jetzt? Du hast bei Internet so einen ungebauten Fernseher mit einer Tatstatur und wenn du dann mit dem Telefonkabel in die Buchse gehst und irgendein anderer Heini auf der Welt hatte die gleiche blöde Idee, dann treffst du den.